Hey Leute und willkommen beim dritten Podcast. Der kommt jetzt ein wenig später, weil ich den gerne nach der TwitchCon aufnehmen wollte, damit ich über die TwitchCon labern kann. Und die Sache ist, ich habe mir überlegt, ich werde heute auch nur über aktuelle Themen reden, das heißt TwitchCon, Sabaton, der ansteht und alles rundherum. Also erstmal muss ich sagen, TwitchCon war schön. Also es war wirklich schön. Aber wir fangen am besten mal vorne mit der Fahrt an. Ich bin da hingefahren, hat dann schon mal, oh, das kann ich auf jeden Fall noch erzählen, auch wenn es nicht ganz Thema TwitchCon ist. Ich bin hingefahren auf der Fahrt, dahin gab es Probleme mit meinem Zug und ich hatte fähiges Bahnpersonal. Die haben wirklich mir direkt, wirklich bin hingegangen, habe mein Problem erklärt, so kein Problem hier. Du nimmst diesen Zug und du kannst direkt durchfahren. Hier hast du das von mir bescheinigt. Absolut kompetent. Habe ich bisher leider eher selten erlebt bei der Bahn, aber diesmal war das wirklich ein schönes Erlebnis. Jedenfalls war das cool. Dann bin ich auf der TwitchCon rein. Ich habe erstmal so, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das im Vlog erzählt habe. Aber ich gehe da erstmal hin, aber habe mir diese Zugangskarte noch nicht geholt. Also werde ich von mir weggeschickt, mir die Zugangskarte holen. Und dann bin ich da und dann sagt einer, dann fragt er mich, ob ich ein Passport habe. Ich so, nee, will ich mir holen, weil ich dachte, ich, also das hat er auf Englisch gesagt, alles, das ganze Gespräch war auf Englisch, mein Englisch ist schrecklich, wie ihr wisst. Ich so, nee, will ich, äh, nee, nee, habe ich nein gesagt, weil ich mir den ja gerade holen wollte, weil ich dachte, Passport ist dieses Ding zum Umhängen, was du als Eintrittskarte quasi brauchst. Aber Passport bedeutet offenbar Ausweis. Sondern so ein bisschen hin und her, als ich ihn dann gefragt habe, wo ich mir denn den Passport holen kann, dann hat er, glaube ich, gemerkt, dass ich lost bin und hat mich einfach gelassen. Also, dann haben wir uns irgendwie verstanden und dann konnte ich problemlos dahin. Man hat so ein schickes Täschchen auch bekommen. Ich glaube, aber das haben alle bekommen, ich bin mir gerade aber nicht sicher. Ja. Dann, ähm, sind die ersten beiden Personen, die ich getroffen habe, tatsächlich Nacho und Sarah gewesen. Sarah kannte ich ja schon. Nacho auch. Äh, Nacho nicht. Und das Ding war, ich war gerade so am Vlog aufnehmen, eine Sequenz. Ich hatte die nicht gesehen. Ich habe die dann so am Rand gesehen und bin dann dahin. Dann komme ich auf die zu und die fangen an zu schreien. Wirklich so, so, so. Kennt ihr das, wenn so Fangirls einen Star sehen? Ich habe mich schon ein bisschen komisch gefühlt, dem Moment. Ich habe immer so Scherz darüber dann wieder so, jo, ich bin dann jetzt mal weg. Aber ich muss sagen, äh, äh, jetzt schon wieder. Ich muss sagen, Sarah kannte ich ja schon. Sarah, gehen wir später drauf ein. Nacho kannte ich aber auch nicht. Aber muss ich sagen, sehr sympathische Frau. Und ich muss zurücknehmen, sie hat keine Halbglatze. Das ist einfach ihr Ansatz, der so aussieht, als ob sie dann, als ob sie keine Haare hätte. In der Mitte vom Kopf. Aber sowieso, da mache ich ja sowieso immer nur scherzhaft drüber, willst du deswegen. Ja. Dann hat man sich ein bisschen unterhalten. Ich weiß gar nicht mehr. Dann haben PON noch dazu. Mit PON, oh, mit PON habe ich... Ich hoffe, das beruht auf Gegenseitigkeit. Aber mit PON habe ich mich so gut verstanden, wirklich. Also wirklich, PON, richtig sympathischer Typ. Habe ich mich richtig gut verstanden. Jetzt kommt eine unangenehme Sache. PON hatte noch einen Kollegen dabei und ich habe die ganze Zeit den Namen vergessen. Ich weiß den Namen jetzt auch wieder nicht. Könnte bei Instagram nachsehen. Aber mit dem habe ich mich auch gut verstanden. Aber ich muss sagen, der hat mir am Anfang was über LOL erzählt. Und ihr wisst ja, LOL ist so nicht so meins. Ich glaube, ich habe, abgesehen davon, dass ich es eh direkt wieder vergessen habe, habe ich auch überhaupt nicht verstanden, worum es ging, wenn ich ehrlich bin. Ich habe gerne zugehört. Es war angenehm, ja. Aber ich habe es nicht gescheckt. So, dann sind wir da so ein bisschen rumgelaufen. Als erstes haben wir uns 10.000 Stunden in einer Schlange angestellt, wo es zum Merchshop ging. Da konnte man so Twitch-Merch kaufen. Ja, wir haben uns da ewig angestellt. Ich und Sarah sind dann direkt wieder raus, nach ein paar Mal umgucken. Und da kommt ihr jetzt schon mal zum Punkt. Sarah hat da wirklich so glänzende Augen gehabt. So wirklich so richtig wie so ein kleines Kind, mit dem du in Süßigkeitenladen oder in den Spielzeugladen gehst. So, ich hatte, zumindest ich, hatte das Gefühl, sie hätte eigentlich richtig Lust, was zu haben, äh, was zu kaufen. Aber hat es nicht. Das ist wichtig, weil ich habe ihr dann, äh, später am zweiten Tag habe ich ihr was gekauft. Da hat sie sich, glaube ich, auch gefreut. Könnte natürlich auch gespielt gewesen sein, aber ich bin mir relativ sicher, dass sie sich gefreut hat. Und dann bin ich mit Sarah tatsächlich ein bisschen rumgelaufen, äh, weil die anderen waren noch im Merchshop und haben so ein bisschen mit Sarah geklammert. So, ihr wisst ja, ich und meine sozialen Probleme und Sarah kannte ich halt von den Leuten am besten. Deswegen dachte ich so, gut, gehst du jetzt mit Nachopon oder gehst du mit Sarah? Und ich war mich gerade eh mit Sarah am unterhalten. Ich weiß nicht mal mehr worüber, aber dann bin ich da einfach mitgegangen. Und ich weiß nicht mehr wann oder warum, aber irgendwann haben wir uns dann auch wieder getrennt. Ich glaube, sie war, ich glaube, sie ist kacken gegangen. Ja, ich glaube, Sarah war kacken gegangen. Ich glaube, das war der Grund, warum wir uns dann getrennt haben. Da bin ich so ein bisschen rumgelaufen, habe ich direkt, als ich dann, ähm, mir die Sachen angucken wollte. Ich wollte dann in die große Halle gehen. Da war ich nämlich noch nicht drin an dem Zeitpunkt und wollte mir die angucken. Und direkt davor stand ein Pond und Nacho. Dann habe ich mich mit denen noch ein bisschen unterhalten und sind wir da so durchgelaufen. Wenn ich mich gerade richtig erinnere. Ich muss sagen, ich habe sehr wenig Schlaf gehabt. Ich bin zwar wach, aber ich bin mir bei Angaben hier ohne Gewehr, versteht ihr? Dann sind wir da so rumgelaufen. Nacho hat ein bisschen geflasht gewirkt. Also, ihr wisst doch, wenn ich Brain AFK bin, Nacho hat er beim Durchlaufen sich alles angeguckt. Da hat so ein bisschen Brain AFK gewirkt tatsächlich zwischendrin. Sie hat, glaube ich, es Reizüberflutung genannt. Kann ich mir auch gut denken. Aber auf jeden Fall war es sehr schön. Mein Gedächtnis ist jetzt schon wieder. Es ist kein... Na gut, es ist ein Tag her. Na gut, es sind jetzt zwei Tage schon um die Uhrzeit. Aber ich habe schon wieder komplett Hälfte vom Ablauf vergessen. Aber auf jeden Fall muss ich sagen nochmal, Nacho, Ponn und Sarah sind auf jeden Fall sehr sympathisch. Also, das sind wirklich so drei Leute jetzt, die ich auch von Twitch kennengelernt habe. Da würde ich sagen, so, jo. Da, mit denen kann man mal was machen. Ist sowieso, das erzähle ich euch jetzt hier. Ich weiß gar nicht, ob ich die das alle gefragt habe. Es gibt zwei Sachen, die würde ich gerne in nächster Zeit, in einem Monat, in zwei Monaten, auf jeden Fall dieses Jahr irgendwann noch machen. Und Sarah, Nacho und Ponn wären auch so Leute, die ich dann einfach einladen würde. Ich würde nämlich, ich weiß nicht, ob ich das euch hier schon erzählt habe. Im Stream wurde es mal angesprochen, weil da auch die Idee entstanden ist. Es gibt zwei Sachen, die würde ich gerne mal machen mit Leuten aus dem Internet. Und ich sage so, wenn es soweit ist, dass es minimal eine Planung gibt, dann werde ich Nacho und Sarah auch einladen. Es ist dann unwahrscheinlich, dass die kommen, weil, na gut, Sarah vielleicht. Ich schätze, Sarah wohnt nicht ganz weit weg von mir, weil Nacho wohnt ja wirklich von mir aus am Arsch der Welt. So, wenn man das ganz grob einschätzt. Aber auf jeden Fall, ich wollte dieses Jahr irgendwann noch mit ein paar Leuten aus dem Chat, ein paar Leuten. Also einfach so mit meinen Twitch, mit meinen Twitch-Leuten, jetzt wäre ich der Boss. Mit meinen, aber ihr wisst, was ich meine, mit meinen Twitch-Leuten wollte ich einmal in einen Freizeitpark gehen. Was für einen, das steht doch nicht fest. Das war nur so ein Gedanke im Stream, aber da hat man viel drüber geredet mit ein paar Leuten. Ein paar haben richtig Bock. Und dann wollte ich vielleicht mit ein paar Leuten in den Freizeitpark gehen. Da würde ich dir dann auf jeden Fall, wenn da alle anderen mit cool sind, fragen auch, ob die mitkommen wollen. Und dann wollte ich, da bin ich auf jeden Fall dann der Boss, weil das wäre bei mir. Dann wollte ich ja, das kam letztens, ich weiß nicht, ich war bei irgendjemandem im Chat und es ging ums Grillen. Sondern hat irgendwer gesagt, du kannst mich ja einladen im Chat und dann ist das so, eskaliert dieser Gedanke, man hat drüber geredet. Deswegen, ich würde gerne mal ein paar Streamer, ein paar Zuschauer bei mir zum Grillen einladen. Einfach so einen entspannten Grillabend mit Leuten von Twitch. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das wäre einfach ein richtig schöner, chilliger Abend. Könnten auch auf einer billigen Randsmatrasse bei mir pennen oder auf dem Ausziehsofa im schlimmsten Fall. Für die, die weiter weg wohnen. Was steht da so mal vor? So Leute, mit denen ihr euch im Stream gut versteht, im Chat gut versteht, ja. Und ihr sitzt dann da abends so, ihr esst eine Bratwurst, ihr unterhaltet euch, es läuft Musik. Vielleicht wird noch ein Bierchen getrunken. Einfach so ein, vor allem, also TwitchCon war schon so in die Richtung, wie ich mir das vorstellen würde. Aber TwitchCon hat halt auch Programme, man ist die ganze Zeit rumgelaufen. Aber einfach einen entspannten Abend mit den Leuten, die man auf Twitch cool findet. Ich würde es feiern. Und ich weiß, ein, zwei von meinen Zuschauern feiern die Idee auch, die werden dann bestimmt auch dabei. Und ja, das sind aber Sachen, die sind so in meinem Hinterkopf in Planung. Das wird irgendwann kommen, also dieses Jahr auf jeden Fall will ich das noch, aber... Ja, auf jeden Fall, ich labere schon wieder viel zu viel rum, ich bin abgeschweift. Aber auf jeden Fall sind Nacho, Sarah, welche, die ich da auf jeden Fall einladen würde. Pond würde ich auch einladen, aber ich weiß nicht, Pond wohnt ja rechtzeitig weg. Aber anbieten würde ich es ihm auf jeden Fall, weil Wok hat, bei so einem Grillabend vorbeizukommen. Wie gesagt, wir haben auch zwei Schlafsofa bei uns im Schrebergarten stehen. Da kann man auch nachts pennen, macht man, wenn es zu kalt wird, und daneben den Gasofen an, dann ist es möglich warm. Aber ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall weiter. So, dann sind wir da, halt, Nacho hatte ihre Reizüberflutung, wir sind da so rumgelaufen. Ich habe mich sehr viel mit Pond unterhalten, tatsächlich. Dann waren wir, ich glaube, dann waren wir irgendwann essen, ne? Ja, dann waren wir irgendwann essen, da habe ich mich schon so ein bisschen bemuttert gefühlt, weil... Also, es war nicht schlimm, es war eine sehr nette Geste, aber ich wurde zum Essen eingeladen und... Ich bin eigentlich, ich habe eigentlich, ich weiß, das ist richtig kindisch, aber... Ich lade viel lieber zum Essen ein, als selbst eingeladen zu werden, ich weiß nicht warum. Dieses, hey, ich lade euch ein, finde ich cool, wenn ich es mache. Andersrum finde ich es natürlich auch cool, ich bin da mega dankbar für, das Essen war auch abartig teuer. Aber ich wurde auf jeden Fall eingeladen, das... Ich habe mich gefreut. War auch ein schönes Essen, es war so ein Sheetsburger mit so Pommes und so einer geilen Soße, ich würde sagen... Oh... Mayo würde ich jetzt nicht nennen, es könnte so, so... Wie heißt das? Was Chips auch immer haben. Chips auch immer Onion... Sour Cream, es könnte Sour Cream sein, aber ich bin mir nicht sicher. Hier, äh... Nacho, Kollege von Pommes, Namen ich schon wieder vergessen habe, sorry. Äh, und Pommes, falls ihr den Podcast hört, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was das für eine Soße war. Ich habe auch nicht geschafft, aufzuessen, so ein paar Pommes waren am Ende noch übrig, ich war echt voll. Das hat echt richtig satt gemacht. Vor allem, ich kann mir erst so... Hm... Alle haben so Cola bestellt, ich so... Ein Cocktail. War aber ein echt kleiner Cocktail, echt wenig Alkohol drin. Echt teurer Cocktail, also wirklich... 10 Euro für sowas war das. 100, 200, 300 Milliliter? Auf jeden Fall nicht viel. Aber... Hat gut geschmeckt. So, danach war Nacho dann tatsächlich live nach dem Essen direkt. Und da muss ich demnächst auch noch den Downloaden, den Stream von Nacho, weil ich würde ja gerne meinen Vlog mit reinschneiden, so ein paar Szenen. Damit der ein bisschen völlig hochwertig ist. Aber ich muss sagen, Nacho Stream sehr... Im Hintergrund ein bisschen reingelabert. Nacho erzählt so, dass sie sich mit uns allen gut versteht. Und ich habe im Hintergrund irgendwas reingelabert, so von wegen Gegenteil. Es war auf jeden Fall ein schöner Stream. Ich... So. Nach dem Stream... Was haben wir nach dem Stream gemacht von Nacho? Oh, sind wir wieder rumgelaufen. Oh, Nacho... Wir sind dann Knossi vorbeigelaufen, aber wir wollten den dann nicht stören. Weil der gerade am Streamen war und jemanden interviewt hat. Aber das war schon cool, wie Nacho, dann wieder Nacho, ich, Ponn, wie wir so langsamer werden, so ganz... Wie so ganz unabhängig dran vorbeigucken. Zumindest kam es mir so vor, wie gesagt, alles ohne Gewehr hier. Oh, was war denn dann noch? Dann sind wir auf jeden Fall rumgelaufen. Auf jeden Fall. Allgemein, ich habe in den zwei Tagen, wo ich in Amsterdam bin, habe ich 40, 50 Kilometer gelaufen. Meine Füße werden es danken. Also tun sie wirklich. Ich habe leichte Probleme beim Auftreten auf der linken Seite, weil ich da vorne eine kleine Blase habe. Das ist eine Stelle, da bekomme ich gefühlt alle zwei Wochen eine Blase. Ich weiß nicht, woran es liegt. Immer so der Bereich zwischen meinen Zehen und dem Fuß. Wisst ihr, wo ich meine, da so vorne am Fuß, wo der Zeh aufhört? Da in der Mitte bekomme ich immer eine Blase. Das ist schrecklich. Aber jetzt eigentlich nicht relevant, ne? Ich bin immer noch beim ersten Tag und wir haben schon zehn Minuten rum. Na gut, ist ein Podcast, kann ruhig länger sein, aber... Letztens fand ich diese 20 Minuten angenehm. Die werde ich heute, glaube ich, nicht packen. Ich glaube, das wird über 20 Minuten. So, wo waren wir jetzt? Auf jeden Fall, dann haben wir uns irgendwann in so eine Show gesetzt. So eine Twitch-Show. Ich habe nur die Hälfte verstanden. Also das Prinzip habe ich verstanden, aber was sie alles gelabert haben, keine Chance. Nacho ist dann irgendwann weg. Wegen... Ich wusste, warum ich habe... Nacho ist dann auf jeden Fall weg. Ich glaube, einfach ein bisschen durchatmen, ein bisschen so nochmal für sich sein. Dann habe ich da mit Pond noch gesessen, mich ein bisschen unterhalten. Sache ist, dann musste ich aber auch Klo und wollte auch nochmal ein bisschen rumlaufen, ein bisschen Kopf frei kriegen. Weil ich muss sagen, ich habe Sarah wieder getroffen, mit der ich mich sowieso schon gut verstanden habe, auf ihrem Community-Treffen. Ich habe... Moment, ich muss niesen. Ich habe Nacho kennengelernt, bei der ich echt nervös war, weil ich mir nicht sicher war, weil Nacho und ich sind schon... Ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall beides der liebe Menschen natürlich, aber wir sind in einigen Punkten schon recht verschieden. Also, wer mich länger kennt, weiß, ich bin so das Gegenteil von Family Friendly und Nacho ist so die Family Friendly Streamerin schlechthin in meinen Gedanken. Deswegen, da hatte ich dann tatsächlich ein bisschen vorher auch ein bisschen Angst, dass da irgendwie zur Konfrontation kommt. Obwohl ich mir nicht vorstellen könnte, wie ein richtiger, echter Streit mit Nacho aussehen würde. Aber das ist nicht passiert, also keine Probleme. Aber ich muss auch sagen, die Themen bei Nacho, worüber man hätte streiten können, die sind auch gar nicht aufgekommen. Das ist mir auch aufgefallen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Das war so wirklich ein Kontrast zwischen dem ersten und dem zweiten Tag. Am ersten Tag war ich sehr viel mit Nacho und PON unterwegs. Und da wurde sehr viel über Twitch geredet. Mit PON habe ich zum Beispiel, was heißt länger, mittellanges Gespräch über Donation Goals geführt. Wann sie cool sind, wann sie nicht cool sind, was daran cool ist. Wann es sinnvoll ist, eins zu haben. Oder über den Sabaton habe ich geredet. Wir haben über Zuschauer geredet, wie die sich verhalten und so. Und mit Nacho auch so Twitch-Themen. Es war sehr Twitch-lastig, das Thema, was ich auch mal echt cool fand. Es ist so, wirklich so unglaublich schön gewesen. Da bin ich sehr dankbar für. Auf der Twitch-Komm mit Leuten über Twitch reden zu können. In meinem Umfeld? Niemand checkt Twitch. Niemand. Wirklich. Ich kann mich wieder mit niemandem drüber unterhalten. Das war sehr schön mit Leuten über ein Thema reden. Also Twitch ist ja wirklich so mein Haupt-Hobby neben... Zusammen ist es eigentlich ein größeres Hobby als YouTube. Und auch mittlerweile tatsächlich eine kleine, gute Einnahmequelle. Und es ist einfach schön, darüber mit Leuten reden zu können. Wisst ihr, wie ich meine? Also, es ist ja ein großer Teil meines Lebens. Und es ist ein großer Teil meines Lebens, worüber ich eigentlich mit niemandem reden kann. Außer jetzt hier in einem Video oder in einem Livestream. Aber wirklich mit Leuten darüber zu reden. Auch vielleicht ein bisschen zu diskutieren, wenn man minimal unterschiedlicher Meinung ist. Das war einfach... Einfach schön. Ähm... Ja, und dann der Kontrast zum zweiten Tag. Gespräche mit Sarah. Sehr wenig über Twitch geredet. Wir haben geredet über... Ich überlege gerade, was ich sagen kann, worüber wir geredet haben. Also... Also, dass ich hier den Nacho-Move mache und das Family-Friendly... Also, wir haben auf jeden Fall über ein paar 18-Plus-Themen geredet. Das ist aber nicht überraschend. Wer Sarah Streams kennt und wer meine Streams kennt, der sieht da schon die Überschneidung in diesem Themenbereich. Über Liebe haben wir geredet. Über Familie haben wir geredet. Also, die Gespräche zwischen... Ich glaube, so kann man das gut unterscheiden. Die Gespräche zwischen Nacho, mir und Pon waren immer auf einer freundschaftlichen Ebene. Aber freundschaftlich über... Ich sag mal über Business. Im Sinne von Twitch. Und die Gespräche zwischen mir und Sarah, die waren alle so auf einer freundschaftlichen Ebene übers Privatleben. Aber... Was natürlich auch sehr schön ist, weil ich Sarah als privaten Menschen auch sehr mag. Wobei ich sagen muss, tatsächlich ein bisschen unterscheidet sich Sarah zwischen ihres Streams und ihre... Wie ich sie Auge zu Auge oder wie sagt man? Gesicht zu Gesicht kennengelernt habe. Was aber auch, glaube ich, völlig normal ist. Nacho, hatte ich jetzt das Gefühl, ist genauso wie in ihren Streams. Außer eine Sache. Nacho ist über Rot gelaufen bei einer Ampel. Ja. Da, 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 da fange ich jetzt... Jetzt kommt so, das war so Top-Sequel und ich hau das hier jetzt so raus. Ich werde dann demnächst von Nacho blockiert. Aber kein Problem, ich blockiere zurück. Okay, ich gebe zu, den Insider und den Joke, den muss gerade nicht jeder gescheckt haben. Aber wer ihn gescheckt hat, der hat geschmunzelt. Okay, ich war immer noch beim ersten Tag und ich schweife jetzt schon so vorweg. Dann haben wir... Oh, als wir dann später nochmal... Oh, ne, wir waren noch, wir waren noch was zu trinken holen in so einem Laden. Das war jetzt aber nicht so wichtig. Aber auf jeden Fall, das waren wir, glaube ich, sogar vor dem Essen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ein bisschen durcheinander. Auf jeden Fall, dann haben wir nochmal Sarah getroffen, als wir rüber gelaufen sind. Die hat dann mit Tanzverbot geschillt. Und das war dann so cool, wie wir wollten weitergehen. Ja, und Sarah, ich glaube, Sarah hat das nicht gescheckt oder hat das nicht mitbedacht. Das war auf jeden Fall so... Im Nachhinein habe ich mich da auch so ein bisschen drüber lustig gemacht. So Sarah, so im Boss-Move. Aber das war, glaube ich, einfach so. Sarah dachte, wir wollen uns irgendwie mit dazusetzen oder wollte, dass wir uns mit dazusetzen. Sie hat so, ja, ich setze mich da jetzt hin und ihr kommt mit. Und wir wollten eigentlich... Wir waren gerade so beim Gehen und dann sind wir auch gegangen. Aber war so eine lustige Situation. Wir so gerade so quasi schon am Gehen und uns... Zumindest aus meiner Sicht. Und Sarah so, ja, ihr kommt jetzt einfach mit. Und wir setzen uns hier hin zu den anderen. Das war, ja. So, was war dann noch? Dann sind wir weiter rumgelaufen. Wir sind am letzten Tag rumgelaufen. Wir hatten sehr viele Gespräche halt über Twitch. War sonst noch irgendwas? Am ersten Tag war noch... Ah ja, ich bin dann am Ende, weil ich wollte mit Sarah noch Fotos machen tatsächlich. Und Sarah hatte sich ja von unserer ursprünglichen Gruppe sehr abgespalten. Also Sarah habe ich am ersten Tag nach der ersten Stunde, wo wir zusammen rumgelaufen sind, kaum gesehen. Und dann wollte ich nochmal ein Foto mit Sarah eigentlich machen. Und bin dann, nachdem sich alle getrennt haben... Wir hatten übrigens nochmal meine Fotos alle gemacht. Ich, Pon, Nacho, Pflege von Pon. Das tut mir so leid, dass ich seinen Namen gerade nicht weiß. Ich habe da so ein schlechtes Gewissen innerlich. Ähm... Ach, ich habe am ersten Tag noch Hallo Alexa getroffen. War nur ein ganz kurzer Talk, aber war sympathisch. Also das ist ja... Wenn ich jetzt sage, dass ich Alexa sympathisch fand, ist das nochmal was ganz anderes, als wenn ich sage, dass ich Sarah oder Nacho sympathisch fand. Ja, wisst ihr... Sarah oder Nacho würde mich jetzt irgendjemand fragen, so... Du hast sie getroffen, so... Wir sind die im Real Life, sind die im Real Life cool? Würde ich sagen, so... Ja, sind cool. Sind mega sympathische Leute. Wenn man mich jetzt fragen würde, du hast Alexa im Real Life getroffen, ist die cool? Würde ich so sagen, so... Ja, ich habe Alexa getroffen, aber ich... Ich habe sie jetzt nicht so stark getroffen, dass ich sagen kann, wie sie im Real Life ist. Oder dass ich das abschätzen kann. Aber die paar Minuten, wo ich da in der Gruppe... Wo ich da bei ihr an der Gruppe stand und mich unterhalten habe, war schön. Äh... Hat einen sympathischen Eindruck gemacht. Wir haben auch tatsächlich nach der TwitchCon abends nochmal geschrieben, wegen einem technischen Problem. Äh... Da kommen wir aber am Ende nochmal rüber, wenn ich mit der Erzählung durch bin. Ähm... So, aber auf jeden Fall... Wo war ich jetzt wieder? Ich, ich, ich schweife heute ab. Das ist heute der Podcast des Abschweifens. Ach ja, ähm... Habe ich am Ende nochmal Sarah gesucht, auf der TwitchCon. Weil, nachdem wir alle uns verabschiedet hatten... Übrigens, stopp, bevor ich Sarah gesucht habe, war es noch so... Ich wollte eigentlich voll gern Nielsen1489 treffen. Habe ihn aber auf der ganzen TwitchCon nicht gesehen. So, Pon und sein Kollege sind in Eindrückung und bei der Trennung. Und ich und Nacho und dann die andere, weil ich meine Runde drehen wollte und Nacho musste zu dem anderen Ausgang, wo ich bei meiner Runde vorbeikomme. Nacho und ich trennen uns gerade so, verabschieden uns nochmal. Dann gucke ich so in eine Richtung. Ich bleibe so stehen. Ich sehe so, ist das Nielsen1489? Ich gucke so. Nacho guckt ihn auch so an. Wir sind... Wir haben uns eigentlich schon getrennt. Nacho kommt nochmal zurück. Sie so... Ich hoffe, der genaue Wort hat. Weißt du, wer das ist? Weil ich auch gesagt hatte, dass ich den gern sehen würde. Dann haben Nacho und ich uns nochmal kurz unterhalten und verabschiedet. Und ich habe dann so gestanden, so bei Nielsen1489 schon oder so. Ich wollte halt nicht ins Gespräch. Und ich habe einen Moment gewartet. Aber dann habe ich gemerkt, das Gespräch zieht länger. Dann bin ich einfach einen Schritt drauf zugegangen. Habe so Handsignal gegeben. Hallo, hier bin ich. Ich habe dann so, können wir ein Foto machen? Also ich muss sagen, bei Nielsen1489, das war mein einziger Fanmoment. Ich sage so. Alle anderen sind... Also klar, Nacho ist ein... Nacho ist... Sie würde es nicht sagen, aber Nacho ist ein Star, ein kleiner. Jetzt kein mega extremer Twitch, aber Nacho ist ein kleiner Star. Sarah ist ein kleiner Star. Und ich bin halt ein sehr, sehr kleiner Streamer. Deswegen... Wenn man es auf dem Level sieht, nicht. Aber es ist mein Empfinden, ja. In meinem Empfinden sind ich und Nacho, ich und Sarah, ich und Pon, wir sind auf Augenhöhe, ja. Das ist so ein Gespräch auf Augenhöhe. Wir sind alle Streamer. Wir verstehen uns alles gut und das ist die Grundlage. Bei Alexa war auch so... Bei Alexa war das so ein Zuschauer-Chat. Man versteht sich aber trotzdem gut verhält. Es war nicht auf Augen... Also es war irgendwie schon auch auf Augenhöhe. Aber bei Nielsen war das einfach so, da habe ich mich nicht auf Augenhöhe gesehen. Wisst ihr? Ich bin ja sehr von mir überzeugt. Aber bei Nielsen1489, da habe ich mich nicht auf Augenhöhe gesehen. Sondern so wirklich so... Als der Fan, der jetzt ein Foto... ...mit seinem Star will. Und nicht dieses auf Augenhöhe. Weswegen ich da so hinsichtlich ein Foto... Und dann wollte ich ihm noch unbedingt eine Frage stellen, weil er hatte zu einem Video... Also er hatte mal ein Video gemacht, wo er meinte, zu dem Thema kommt noch mehr. Da hatte ich dann gefragt, wie es denn damit aussieht. Und dann hat er mir tatsächlich... Das fand ich auch sehr sympathisch. Er hat mir sehr ausführlich erklärt. Also für meinen Empfinden sehr ausführlich, warum das Video noch nicht kommt. Dass es aber in Planung ist und so. Also wirklich, das war eine sehr ausführliche, nette Erklärung. Und ja, der hat allgemein auch einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Aber das ist halt... Wie gesagt, wenn ich bei Leuten, die ich nur kurz gesehen habe, sage, dass sie einen sympathischen Eindruck gemacht haben... Dann ist es genau das so. Ich habe sie kurz gesehen. Waren in dem Moment sympathisch. Natürlich, Nacho könnte auch voll das Arschloch sein. Und Sarah auch. Obwohl ich mehr Zeit mit denen geredet habe. Aber ich sage so, es ist einfach nochmal was anderes. Wenn ich sage, Nacho ist sympathisch. Wie... Wo ich viele Streams gucke. Und mit der ich mich ja auch wirklich lange unterhalten habe. Oder wenn ich sage, Alexa ist sympathisch. Mit der ich mich zwei Minuten unterhalten habe. Da ist der Unterschied. Aber Alexa... Mit der hatte ich ja abends auch mal geschrieben. Danach kurz wegen etwas. Und in ihr... Also ich kann sagen, Alexa ist in den Streams sympathisch. Und der erste Eindruck im Real Life war sympathisch. Und abends beim Schreiben auch nochmal sympathisch. Aber dazu gehen wir später nochmal ein. Damit sind wir jetzt beim ersten Tag durch. Ich habe Sarah da nicht mehr gefunden. Die war, wer weiß wo. Ich habe ihr dann aber bei Insta geschrieben, ob sie am nächsten Tag auch da ist. Und dann so, ja. Und dann, ob wir uns abbringen können. Dann habe ich draußen vor der TwitchCon ewig noch gesessen. Deswegen war ich hier aus der TwitchCon raus. Weil die langsam am Schließen war. Und direkt nachdem ich draußen war, fällt mir ein so. Also, ich weiß nicht, du musst pinkeln. Ich musste wirklich pinkeln. Aber das ist mir erst oder danach eingefallen. So. Dann kommen wir jetzt zu meinem Abend und meiner Nacht. Die würde ich gern... Ich weiß nicht, wie interessant die für euch ist. Deswegen fasse ich die kurz zusammen. Das könnt ihr euch dann im Vlog angucken. Was ich nachts gemacht habe. Ich bin auf jeden Fall dann Joints kaufen gegangen. Habe mir einen geraucht. Und das habe ich dann über die ganze Nacht verteilt gemacht. Ich bin so ein bisschen rumgelaufen. War da, wo ich mit Anni, wo unser Hotel war, bin ich ein bisschen rumgelaufen. Und dann bin ich in die Innenstadt gelaufen. Dann war es schon 4 Uhr morgens. Ich habe mir noch Pommes gegönnt. Habe gekotzt. Bin ein bisschen durchs Rotlichtviertel gelaufen. Habe mir dann angeguckt. Ein paar Gespräche angehört. Übrigens extrem teuer. Also die Preise, die ich so kenne, die sind da ganz anders. Die Frauen da... Also ich habe nicht geredet. Ich habe zugehört. Aber die wollten 100 Euro für eine schnelle Nummer. Das ist schon eine Menge Geld. Übrigens geldtechnisch habe ich tatsächlich am zweiten Tag mehr ausgegeben, als ich dachte. Am ersten dachte ich so, oh du kommst voll gut weg. Aber am zweiten war ich noch Merch kaufen. Und das war ein bisschen teurer. Wird übrigens auch im Sabaton eine Socke verlost. Ja. So, dann kommen wir zum zweiten Tag. Ich dann morgens langsam fertig machen. Ich schildere noch in der... Also fertig machen Sinne von... Ich glaube ein bisschen rum, versuche nochmal fit zu werden, weil ich habe halt nicht geschlafen. Dann morgens so am gucken, so auf Insta, wer ist schon wach, wer postet schon was. Weil vielleicht kann man sich ja vorher mit wem treffen und zusammen an der Schlange anstellen. Ist nicht passiert. Ich habe mit Sarah kommuniziert, aber die Sache ist... Ich war in so einem... Ich war dann morgens, als ich wieder zu TwitchCon gefahren bin. Ich hatte halt nicht geschlafen. Habe ich mich da auf dem Boden gelegt, auf dem Parkplatz und versucht zu schlafen. Und ob sie jetzt schlafen war oder nicht, was mir gelungen ist, ist schwierig zu sagen. Ich würde es im meditativen Zustand nennen, in den ich rein bin mit meinen Kopfhörern. Aber es war auf jeden Fall so. Und aus diesem wurde ich zweimal rausgerissen. Oder zweimal geweckt, je nachdem, wie man es sehen will. Einmal hat Sarah mir Nachrichten geschrieben. Und einmal hat mich ein Security-Mann geweckt, der wissen wollte, ob es mir gut geht. Aber auf jeden Fall, die Sache war, mit Sarah hätte ich mich eigentlich vorher gerne auch getroffen. Nur, eigentlich war ich viel zuerst da. Ich war Stunden vor ihr da. Aber dann war ich so in diesem Halbschlaf, habe ich nicht mitbekommen, dass sie auch da ist. Und dann war Sarah da. Ich habe sie dann aber in der Schlange gesehen. Sie war in der Schlange, so zwei Schlangen neben mir. Da waren mehrere Schlangen. Und als wir dann drin waren, haben wir uns aber getroffen. Ja, und dann bin ich mit Sarah am zweiten Tag. Habe ich sehr viel Zeit mit Sarah verbracht. Nacho und Pon waren halt nicht da am zweiten Tag. Und, ja, ich habe mir schon vorgegriffen. Ich habe mich mit Sarah sehr gut verstanden. Man hat viel über Privates auch geredet, was ich auch sehr angenehm fand. Sarah ist einfach, Sarah ist schon, habe ich ihr gestern auch geschrieben, ist ein Mensch. Also, die Sache ist, ihr wisst, dass Freunde für mich ein hohes Wort ist. Deswegen, Sarah ist auch noch nicht auf dem Level, dass ich sie als Freund bezeichnen würde. Aber es geht in die Richtung, ja. Es geht so in dieses, kennt ihr das so? Ich vergleiche es mal mit Verliebtsein, ja. Ihr liebt jemanden noch nicht so richtig, aber ihr habt so einen kleinen Crush, ja. Und das übertragen wir jetzt auf Freunde so. Sie ist kein richtiger Freund, noch nicht. Aber es ist so dieser Freundschafts-Crush. Man denkt so, ja, irgendwann, irgendwann eine Freundschaft, das wäre schon nice. Ihr checkt überhaupt, ich glaube, ihr checkt überhaupt nicht, was ich meine, weil Freundschaft für mich etwas extrem krasses ist. Und, ja. Aber ich hoffe, irgendwer versteht es. Dann war ich halt mit Sarah am rumlaufen, die war dann, da haben wir uns unterhalten halt sehr viel. Dann war sie irgendwann mit jemandem mitgegangen und ich bin in eine andere Richtung, ich weiß nicht mehr, wer das war. Dann habe ich sie später nochmal kurz, weil ich Mittagessen wollte, nochmal kurz, als ich sie gesehen habe, angequatscht, ob sie mitkommen will, wollte sie nicht. Lustigerweise bin ich dann auch nicht Mittagessen gewesen. Ich bin rausgegangen, habe bei Google Maps geguckt, aber die ganzen Lehnen hatten zu, war halt Sonntag. Dann bin ich nochmal rein und habe mir Smarties am Süßigkeitenautomaten geholt, weil mir die Schlangen zu lang waren und alles andere zu teuer. Dann bin ich dann nochmal ein bisschen rumgelaufen, habe mich auf so ein, da waren so Sitzsäcke, das war sehr cool, habe mir auf so eine Sitzsäcke gesetzt, da entspannt. Bin ich irgendwann wieder irgendwie bei Sarah gelandet, ich weiß nicht wie, aber irgendwie bin ich wieder bei Sarah gelandet. Ich weiß gar nicht, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe, zu dem Zeitpunkt war ich sehr müde. Bin auf jeden Fall wieder bei Sarah gelandet, die sich mit Leuten unterhalten hat. Ich glaube, ich hatte sogar gefragt, ob ich mich da einfach mit anhängen kann. Ähm, weil ich hatte dann irgendwie keinen Bock da alleine gerade rumzulaufen, weil ich halt echt sehr müde war. Und deswegen habe ich einfach den Follow-Modus aktiviert. Wenn ihr den Follow-Modus nicht kennt, das ist, wenn ihr müde seid und ihr wollt, ihr wollt, ihr wollt nicht selbst entscheiden, was ihr tut. Ihr folgt einfach irgendjemandem. Und übrigens, das solltet ihr nur machen, wenn es wirklich jemand ist, mit dem ihr euch halbwegs gut versteht, weil sonst könnte es unangenehm werden. Ich habe mir immer gesagt, so gut, ich gehöre jetzt gerade, ich bin gerade in der Sarah-Gruppe, ich follow einfach dieser Gruppe. Ich hänge mich da einfach mit rein und unterhalte mich mit. Da muss ich nicht selbst entscheiden, was ich jetzt mache, wisst ihr? War auch cool, war ein interessanter Gespräch. Ich habe ein paar, ich würde jetzt nicht sagen belauscht, aber ich stand halt daneben bei ein paar Gesprächen. Da muss ich Sarah auf jeden Fall noch fragen. Sarah hat sich sehr viel mit einer anderen Streamerin unterhalten, die einen sehr sympathischen Eindruck gemacht hat. Ich wollte aber jetzt nicht da ins Gespräch reinfahren und fragen, so, hey, wie heißt du? Aber ich habe einen sympathischen Eindruck gemacht. Da muss ich Sarah gleich, das mache ich gleich direkt nach dem Video, bevor ich es wieder vergesse. Wisst ihr was, das mache ich jetzt direkt, muss ich Sarah fragen, wie die hieß. Aber nee, mache ich nach dem Video. Muss ich Sarah fragen, wie die hieß, weil die war sympathisch. Würde ich gerne mal auf Insta und Twitch abchecken. Gucken, ob die auch cooles Zeug macht und dann wird gefolgt. Weil die hat halt echt einen sympathischen Eindruck gemacht. Ja. Oh, und am ersten Tag habe ich Sarah, äh, was heißt aufgezwungen, ein bisschen gar nicht so. Aber ich habe einen dummen Spruch gemacht, für den ich mich sehr gefeiert habe, weil Sarah hat mich auf den Community-Treffen ohne zu fragen umarmt. Und Nacho hat, bevor sie mich umarmt hat, gefragt, ob sie mich umarmen darf. Und ich hatte Sarah schon beim Community-Treffen so gesagt, es ist schon ein bisschen sexuelle Belästigung, mich hier einfach zu umarmen. Und da habe ich dann auch nochmal, ich weiß nicht mehr was genau, ich weiß aber, ich habe mich für den Spruch gefeiert, ich habe nochmal irgendeinen Spruch von mir losgelassen. Also jetzt sind wir aber wieder beim zweiten Tag. Bin ich mit Sarah viel rumgelaufen, dann noch Gespräche mit Robin geführt. Ich muss ja sagen, bei Robin bin ich eigentlich nur am Lurken. Ich glaube, ich habe da noch nie eine Nachricht im Chat geschrieben. Aber Robin ist schon cool, ist speziell cool. Also Robin Nosferatu, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Also da will ich jetzt wirklich nichts Falsches sagen. Da gehe ich jetzt nebenbei auf Insta gucken, damit ich jetzt nicht irgendwas Falsches sage. Ich habe übrigens jetzt sehr vielen Leuten gestern und vorgestern auf Insta gefolgt, die ich da, die ich das erste Mal auf der TwitchCon so richtig wahrgenommen habe, die aber voll cool sind. Zum Beispiel LillimonTV, habe ich mich ganz kurz mit unterhalten. Wirklich so eine Minisekunde, so eigentlich so, ich habe Hi gesagt, ja. Die war mir aber sausympathisch, so von der Ausstrahlung, als ich auch gesehen habe, wie sie sich mit anderen unterhält. Und da habe ich direkt auf Insta reingefolgt. Also wirklich, sofort, war einfach ein sympathischer Eindruck. So, er heißt zumindest auf, also Robin, heißt zumindest auf Insta, Robin-Nosterapu. Ich habe jetzt genauso ausgesprochen, wie es geschrieben wird, damit ich hier nichts Falsches sage. Und ja. Allgemein, ich habe sehr vielen Leuten, die ich auf der TwitchCon gesehen, mich vielleicht auch gar nicht unterhalten habe, sondern wo ich nur daneben stand, die haben sie einen falschen Eindruck gemacht und gefolgt. Ich habe ja gerade schon gesagt, LillimonTV, Fede Liene habe ich gefolgt. Und dann noch, wo ist sie? Da ist eine, die war, die war in der Gruppe mit Robin unterwegs. Die war mir auch sausympathisch, der habe ich auch gefolgt. Moment. Übrigens, hier habe ich mich nicht getraut zu fragen, wie sie heißt, über der wir jetzt reden. Weil wir haben uns so schon irgendwie eine Stunde unterhalten und da wollte ich nicht fragen, so, hey, wie heißt du nach einer Stunde Unterhaltung? Das wäre irgendwie, ich hätte es komisch gefunden. Aber ich habe sie dann gefunden, weil Sarah sie markiert hat. Die heißt Rion Kuku. Ich glaube, das ist ein Kuh. Und die war halt sympathisch. Sehr sympathisch. Also das war wirklich so, von den Menschen, die ich so gar nicht vorher kannte, würde ich sagen, die sympathischste. Kann aber auch einfach daran liegen, dass ich zu dem Zeitpunkt schon sehr müde war und sehr wenig noch aktiv mitbekommen habe in meinem Kopf. Und ja. Die war auf jeden Fall sehr sympathisch, die hatte ich mir auch empfohlen, also wir hatten, wir springen mal vor, es war sehr viel unnützter Scheiß zwischendrin, ich Gruppe mit Sarah, Robin und allen drumherum und die, über die wir gerade geredet haben, ich habe den Namen schon wieder vergessen, ich bin so Namen inkompetent, hat mir nachdem Sarah war dann irgendwann weg, weil die sich noch mit Leuten getroffen hat und dann war ich so in dieser Gruppe, wir sind ein bisschen rumgelaufen nochmal und waren in so, ich nenne es mal einen Minipark mit Bäumen und ich, die sind dann weiter und ich habe gesagt so, ja ne, ich bin erschöpft, ich bleibe hier sitzen, entspannt ein bisschen. Und die hatte mir empfohlen, dass ich mir einen Wecker stellen soll, wann ich spätestens los muss hier und das habe ich dann auch gemacht, das war ein sehr schöner Tipp. Dann habe ich mich da auch ein bisschen hingelegt, habe da ein bisschen so einen meditativen Schlafzustand gehabt, von dem ich euch vorhin schon erzählt habe und dann bin ich auch irgendwann runter von der TwitchCon Richtung nach Hause einfach mit dem Zug. Dann habe ich, ich habe halt nur ein Gigabyte am Tag im Ausland, dann habe ich mit dem letzten paar Megabytes, ähm, habe ich noch Nachos Stream geguckt, weil Nachos war dann schon zu Hause, während ich am Bahnhof gewartet habe, habe ich einen Nachos Stream geguckt, habe ich mein letztes Internet für verballert. Ich hatte das sogar in der Insta-Story verschwendet gesagt, Nachos hat da auch verballert und gesagt, oha, nee, aber ich muss sagen, Nachos Streams lohnt sich immer, wollte ja auch meine Watchtime oben halten und im Zug hatte ich dann Zug-WLAN, war sogar kein Problem auf der Zugfahrt, das erzähle ich euch noch schnell, bevor wir endlich TwitchCon-Thema abhaken. Dazu gab es jetzt zwei besondere Ereignisse, erstmal ich war voll müde und ich hatte dann so eine sehr schöne Frau neben mich gesetzt und die ist neben mir eingeschlafen, hat sich an mich angekuschelt und das war dann so, wir sind ja hier offen. Es war dann halt so, ich wusste nicht, was ich tun soll. Diese Frau, diese wunderschöne Frau, kuschelt sich am Schlafen an mich an, ich wollte sie nicht wecken, weil das wäre unhöflich, ja, aber ich wollte auch nicht die ganze Zeit mit einem Dauerständer neben ihr sitzen. Das war halt sehr unangenehm, weil ich wollte sie nicht extra wecken, um zu sagen so, hey, du fasst mich gerade an, ich werde gerade abartig horny und ich bin gerade abartig müde, ich habe gerade gar keinen Bock horny zu sein und ja, ich bin, aber irgendwann hat sich dann in die andere Richtung gelehnt, also von mir weg, dann war alles gut und dann bin ich auf Klo gegangen, weil, also, okay, nachdem ich war dauerhorny auf Klo gegangen, das klingt komisch, und ich bin auf Klo gegangen, weil ich abartig Durst hatte, habe das Wasser leer gesippelt. Das sieht man, glaube ich, auch im Vlog, dass ich, das mit der Frau, das ist jetzt hier exklusiv für euch, die Story, weil ich das im Vlog, das wollte ich nicht mit reinbringen, das war mir in dem Moment einfach noch sehr unangenehm, weil ich auch nicht wusste, wie man damit hätte umgehen sollen, richtig, weil das, da kannst du auch nur falsch machen, du kannst jemanden wecken, der offenbar sehr erschöpft ist, oder du kannst halt mit einem Ständer neben einer sitzen, die du kaum kennst, das ist, beides, beides nichts Schönes. Ähm, und ja, dann bin ich auf Klo gegangen, habe getrunken und dann war auch schon, also, dann war auch schon die enthalte Station von dem Zug und dann hatte mein nächster Anschlusszug, hatte einfach offiziell zwei Stunden Verspätung, am Ende nur eine, das war schön, aber offiziell zwei Stunden, und dann habe ich nochmal, weil ich hatte dieses TwitchCon Schild, die im Video sehen es hier im Hintergrund, die, die das nur als Audio hören, sehen es nicht, da ist so eine Karte, da steht dein Name drauf und dass du Affiliate bist oder Community oder Partner und die hatte ich noch um und da wurde ich von einem angequatscht, der auch auf der TwitchCon war und da hat man sich auch unterhalten und ich war noch live an dem Abend, während ich auf dem Zug gewartet habe, ähm, war ein schöner Livestream, es kam Follow-Bot rein, da muss ich mich später auch noch drum kümmern, da Sachen, Follower zu löschen und es kamen paar Subs rein, aber vor allem, ich war sehr müde und Brain-Afka am Anfang vom Stream, aber dass ich mich mit jemandem unterhalten konnte, also mit dem Chat und allgemein dieses, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn, wenn ich einen Just-Chatting-EAS-Stream mache, dann, wow, dann wird bei mir richtig direkt Adrenalin ausgeschüttet und wieder hoch und nach über 40 Stunden ohne richtigen Schlaf, hat mir sehr gut getan, ich war von Brain-Afka-Zombie wieder hin zu motivierter, normaler Mensch, der nach Hause will, nach dem Stream, weil ich mich echt gut unterhalten konnte, es wurde auf Thema gekommen, es wurde ein bisschen philosophiert und damit sind wir eigentlich schon durch, ich bin dann, als ich nach Hause angekommen bin, muss ich noch eine Stunde nach Hause laufen etwa, obwohl es, ich hatte Angst, dass es länger dauert, aber ich war sehr schnell, ich glaube, ich habe nur eine halbe Stunde gebraucht, weil ich habe halt wirklich einen sehr guten Push bekommen durch den Livestream und das war dann eigentlich schon meine Zusammenfassung und meine Emotionen bei der Twitch-Con ist 36 Minuten, ach du Scheiße, was habe ich erzählt, ich will gar nicht wissen, was ich gelabert habe, ich glaube, das hier lade ich hoch, ohne es mir vorher anzusehen, so und dann kommen wir jetzt noch zum zweiten Thema, das haken wir schnell, aber ich habe heute einen Sabaton, der sollte auch heute sein, wenn das Video online kommt, weil ich das gleich direkt hochlade, bin voll aufgeregt, die Sache ist, ich habe Begrenzung von zwei Wochen gemacht, ich wäre, ich bin ehrlich, es ist jetzt keine Geld- oder Famegeilheit, also die ersten 24 Stunden, die gibt es for free, die mache ich so und danach geht dann halt die Zeit immer drauf, ich wäre traurig, glaube ich, weil ich da echt Bock drauf habe, wenn es weniger ist als zwei Tage, allerdings weiß ich auch 24 Subs dann, das ist abartig viel Geld, das sind 100 Euro, deswegen, ich, diese Emotion, die kann ich, die verstehe ich selbst nicht, weil einerseits ist es mir jetzt nicht so extrem wichtig, viele Subs zu haben, andererseits würde ich es halt schon geil finden, wenn die ersten, also wenn die ersten bezahlten 24 Stunden voll werden, weil ich das einfach cool finden würde, deswegen, ich habe einerseits richtig Angst, dass so, ja gut, 24 Stunden sind rum, keine Sau, ich glaube, das ist das Hauptproblem, worum es mir da geht, so, keine Sau juckt sich für dich, geh mal weg, so nach dem Motto, ist natürlich nicht die Intention, wenn niemand donatet oder Subs verschenkt oder einen Sub reinlässt, aber ich würde mich halt irgendwie blöd finden, wenn so Subathon, ich freue mich da mega drauf und dann 24 Stunden streamen vorbei, so, ja, wir haben keinen Bock auf dich, aber ich habe auch Angst, dass die voll eskalieren, weil zwei Wochen ist die Begrenzung und ich habe Angst, dass irgendwelche Leute aus meiner Community sagen, so am zweiten Tag schon so, ja, das machen wir jetzt voll oder allgemein so, ich glaube, es wäre möglich, dass sie zwei Wochen voll sind, aber da wäre dann wirklich so, da wüsste ich nicht, wie ich mich dafür bedanken soll dann, weil da wäre dann schon Dankbarkeit auf einem anderen Level von mir und ich wüsste nicht, wie, ich lache immer so ein bisschen über das Schwierde, die das sagen, aber ich sage so, mir wirklich so zwei Wochen von meinem Leben zu finanzieren, also zwei Wochen, das ist, das wäre halt krass und da wüsste ich ja noch nicht, wie man mit umgehen soll, ja, das sind so meine Bedenken bezüglich dem Subathon, ich werde gleich auch noch ein paar Spiele installieren, damit ich mehr Material habe, also ich habe jetzt schon so Sachen installiert, ich könnte, also ich schätze davon, ich werde so 10 Stunden am Tag schlafen und mich fertig machen, das ist meine Schätzung, und dann sind das 14 Stunden Content pro Tag, sagen wir sehr viel Just Chatting, dann sagen wir mal, sagen wir die Hälfte, 7 Stunden Gaming am Tag, 7 Stunden Quatschen, Reaction, was auch immer, obwohl ich glaube, es könnte auch mehr Gaming werden, rechnen wir mal 10 Stunden Gaming am Tag, das sind dann 140 Stunden, ich spiele ja aktuell Elex, ich schätze Elex werde ich bestimmt noch so 40, 50 Stunden spielen, damit ist schon mal ein Drittel weg, so Witcher spielen wir noch weiter, das wird so 20 Stunden dauern, und die DLCs, die ich machen will, haben wir 70 Stunden weg, ist die Hälfte schon mal weg. So, dann noch sehr viel Minecraft, sagen wir 20 Stunden, haben wir schon was weg, und dann will ich halt jetzt noch ein paar Spiele installieren, damit ich auf jeden Fall genug Gaming-Content auch habe, wenn wir was spielen, kann ich das wirklich irgendwann sitzen und uns langweilen, weil ich bock habe, was zu zocken, aber ich habe nichts installiert. Deswegen, ich will, oh, und Resident Evil 5 natürlich, ich habe keine Ahnung, wie lange Resident Evil 5 dauert, aber das wollen wir anfangen, und das will, ich sage es so, daran machen wir glaube ich fest, dass der Sabaton ein Erfolg war. Wenn ich Resident Evil 5 schaffe, durchzuspielen im Sabaton, dann war er ein Erfolg. Schaffe ich vielleicht sogar am ersten Abend, schaffe ich vielleicht am zweiten Abend, aber Resident Evil 5 wird durchgespielt. Ich sage es so, sonst so nötig am Ende selbst, damit Resident Evil 5 durchgespielt werden kann, weil das war eine Empfehlung von Sarah, und ich habe schon echt Bock auf Resident Evil, also den Resident Evil Revelations hatte Sarah mir empfohlen, das fand ich mega geil, und jetzt habe ich übelst Bock auf Resident Evil. Auf die neuen beiden Teile nicht so, aber auf die älteren habe ich jetzt gerade immer momentan übel Bock. Ja. Bevor ich euch noch mehr zuquatsche, beende ich jetzt die Aufnahme und lade die hoch und bastel das Thumbnail, und Vlog schneiden mache ich heute nicht. Vlog schneiden wir glaube ich im Stream später, das ist besser. Dann kriege ich nämlich jetzt noch ein paar Sachen gebacken. Woher, weil ich habe nur noch 6 Stunden, bis der Stream anfängt, ich muss noch Sachen downloaden, ich muss noch Sachen einrichten, ich muss noch mal ein Schläfchen machen auf jeden Fall, weil ich hatte nur so, ich hatte auch wieder 7 Uhr, war ich wach, aber bis 10 Uhr noch im Bett liegen geblieben, habe versucht zu schlafen. Aber wenn man das bis 7 Uhr zählen lässt, hatte ich vielleicht so 4, 5 Stunden Schlaf. Also ja. Wir sehen uns dann nächste Woche, dieser Vlog kam ja, Vlog sag ich schon, dieser Podcast kam ja leider später, ich muss auf jeden Fall nochmal sagen, Pon, mit Pon habe ich mich absolut gut verstanden, mit Nacho habe ich nicht ganz so viel geredet, wie mit Pon habe ich mich auch gut verstanden und mit Sarah habe ich mich wirklich meines Empfindens nach am besten verstanden, auf so einer wirklich persönlichen Ebene. Also wirklich, bei Sarah kann ich, bei Pon kann ich es relativ sicher sagen, bei Nacho auch, aber bei Sarah kann ich es hundertprozentig mit Sicherheit sagen, alles, wie es bisher zumindest mein Empfinden ist, dass ich mich mit ihr auf einer persönlichen Ebene wirklich sehr gut verstehe. So, damit sind wir jetzt raus, ach ja, habe ich vergessen zu erzählen, ich habe am zweiten Tag, habe ich Sarah auch noch, erstmal, weil sie am ersten Tag mit diesen Strahlen, es geht schon wieder weiter, ich wollte aufhören, ich bin schlimm, weil sie am ersten Tag mit diesen strahlenden Augen durch die Merchshop gegangen ist, zumindest für mein Empfinden, ich habe nichts gekauft, habe ich am zweiten Tag noch ein T-Shirt mitgebracht und ein paar Socken, als ich die Socken für meine Verlosung geholt habe und damit sind wir jetzt wirklich raus, sie hat sich auch gefreut. Wenn sie das demnächst irgendwann mal anhand der T-Shirt werde ich das reposten, falls das geht, ich weiß gerade nicht, kann man Sachen reposten, wo man nicht markiert ist? Ich werde es auf jeden Fall, dann werde ich Screenshorten und meine Story packen, einfach, weil ich einfach, doch, ich werde es reposten, damit ihr das seht, hier vom Podcast, damit ihr wisst, ich habe hier so ein Regenbogen-Witch-Emo-T-Shirt geholt, ach ist egal, ihr werdet es in ein paar Tagen dann auf Insta sehen vielleicht, vielleicht wird sie es auch nie posten und ihr werdet es nie sehen, dann dürft ihr es euch jetzt vorstellen. So, fühlt euch gedrückt, Leute, falls ihr gute Menschen seid, wenn ihr scheiß Menschen seid, dann nicht und tschau.